Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei der ersten offiziellen Folge vom Fußballmanager 14, ja ich will immer irgendwie AK15 sagen, also Fußballmanager 14, 15 mit den Updates vom Sommer 2014, also von der aktuellen Saison. Wintertransfere habe ich ein paar gemacht, also Podolski spielt bei Inter, also ist ausgelehnt, Shakiri ist gewechselt, Schöles bei Wolfsburg, also ein bisschen was habe ich gemacht, aber auch nicht mehr viel. Und den SV Eintracht Hamburg mit der Community zusammen erstellt, wir sind einige Spieler zusammengekommen und wir werden jetzt zusammen die Speicherung anfangen. Vorab nochmal, wollte ich irgendwas sagen, ah ganz genau, es gibt viele Leute die sagen, hey Fußballmanager 14, bist du öde oder was, warum spielst du nicht 13, 14 funktioniert doch gar nicht und so. Also es gibt Lösungen und ich habe hier auch Tutorials zwei Stück online gestellt, die gibt es schon lange, die wirklich zeigen, dass man auch den Fußballmanager 14 spielen kann, das die Probleme sich beseitigen lässt, lässt lassen. Sollte es hier zu Abschützen kommen, in diese Reihe, in diesen Let's Play Reihen, die wir jetzt gemeinsam machen, dann werden wir natürlich wieder einen Gang zurückschalten und müssen dann halt nochmal was wiederholen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Textmodus machen sollten oder je nachdem, das müssen wir noch entscheiden, wie wir die Spiele angehen, werden wir natürlich die nächsten Sachen nur noch simulieren, wenn es ein Abschütz kommen könnte. Und ich bin mir sicher, und das wäre nicht Fußballmanager, wenn keiner kommen würde. So, wir spielen natürlich, wie jetzt abgemacht, mit Standardmodus. Ja, wir haben gesagt, Verein gründen, aber der Verein haben wir im Editor gemacht, weil ich will mit Entlassung spielen und nicht fünf Jahre daran beteiligt sein. Es kann ja passieren, dass der eine oder andere von euch dann eh gehen will, weil ich kann ja nicht den Einfluss auf den Spieler haben. Es gibt ja manche Spiele, die sagen, ich bin ein Megatalent, ich will nicht mehr bei dir sein. Also irgendwann wird sich dieser Verein eh mit diesem Kader auflösen, aber wir machen das dann immer so, dass ihr dann immer runterkommentiert, hey, kannst du mal wieder zeigen, was ich jetzt gerade so mache und ich werde auch immer euch in den Blickfeld nehmen. Also wir werden euch immer weiter verfolgen, wenn ihr mal gehen solltet oder ihr selbst sagt, hey, leih mich doch mal aus oder sonst was. Falls es nämlich dann euch wirklich Spaß machen sollte mit dem Fußmanager, dann kann es natürlich auch passieren, dass wir im zweiten, dritten Jahr vielleicht gar nicht mehr bei Eintracht Hamburg sind, was natürlich schade wäre. Aber vielleicht sind wir dann woanders tätig. Deswegen spiele ich mit Standardmodus, editierter Verein im Editor mit Entlassungen, mit Arbeitern starten, Anzeige, Gehalt wöchentlich, jährlich, jährlich würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht. Und natürlich mit den Talent, Zeige, Gesamtstärke und Talentsterne. Ist die Option aktiviert, wird für jeden Spieler eine Gesamtstärke, zum Beispiel 75, ausgegeben. Außerdem sehen Sie ein Talent, welches für seine zukünftigen Entwicklungen von größerer Bedeutung ist. Schalten Sie diese Option ab, können Sie beide Werte nicht einsehen. Ja, lassen wir mal an, würde ich mal sagen. Und machen wir mal eine Runde weiter. Und wir spielen natürlich mit Datenbank aus dem Editor. Ich habe mal gesagt, jetzt uneingeschränkte Transfers. Keine Transfers im ersten Transfersfenster. Verringertes Transfersbudget für die erste Saison. Äh, spielt, ich weiß es nicht, ob das jetzt so relevant ist. Ich würde jetzt mal sagen, mir ist das eigentlich Käse. Ich würde lieber uneingeschränkt spielen. Wir haben eh kein Geld und wir wollen eh so gut wie keine Spieler holen. Wir haben ja jetzt den Kader schon. Wir sind ja auch von der Mannschaftsstärke Gesamt eh schon der beste Feind in der Regionalliga Nord. Und, da schauen wir uns aber alles genau jetzt in dieser Folge in Ruhe an. Wir spielen mit zukünftigen Transferen. Also das Podolski in der Winterpause ist natürlich jetzt ein Jahr früher als in echt. Weil ja Fußball-Händler 2013, 2014 anfängt und nicht 2014, 2015. Das kann uns aber Schnuppe sein. Es gäbe einen Mod, dass das alles sich ändert. Aber ganz ehrlich, wenn man am Rahmenkalender rumfummelt mit dem Editor, äh, das zum Thema Abstürze, dann hat man wirklich Abstürze. So, weiterer Punkt zum Thema Abstürze. Ich habe jetzt den, ähm, die Inni-Datei, die User-Inni-Datei geändert, dass wir hier natürlich so viele Länder wie möglich nehmen können. Weil mein PC an sich wird von der Leistung das auf jeden Fall schaffen. Aber die Macher natürlich, äh, sagen, äh, auf eigene Gefahr. Es kann abstürzen. Deswegen sage ich ja, es könnte auch hier bei uns abstürzen. Aber, äh, man kann halt, wenn man diesen, ähm, diese Inni nicht umschreibt, kann man wirklich nicht bis zur Oberliga in der Bundesliga spielen und kann kaum andere Länder mitnehmen. Und nur das hier, was man anklickt, äh, nur da kann man auch später trainieren. Und man hat sie auch ein bisschen mehr, noch, äh, ähm, effektiver unter den News drin. Und das, ähm, und die anderen natürlich hat man auch, kann man auch Statistiken so ansehen, aber man kann da nicht trainieren und man hat weniger Informationen über diese Länder. Und deswegen, und ich wollte schon immer mal mit Oberliga. Ich habe bisher immer nur bis Regionalliga geschafft. Ähm, und, äh, wir gucken auch nur, was wir machen. Wenn man England bis zur zweiten Liga, das reicht vollkommen. Ich weiß, es gibt viele englische Fans, die hier zuschauen, aber ganz ehrlich, äh, wir brauchen jetzt echt die dritte Liga nicht auch noch bei den, äh, bei England, ganz ehrlich. So, dann gucken wir weiter. Frankreich machen wir auch mal bis zur zweiten Liga. Oder, ja, zweite Liga. Äh, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich will es auch nicht übertreiben mit den ganzen Italien. Mit der zweiten Liga, ähm, mache ich da nicht, weil mich reizt Italien eh am wenigsten von allen. Muss ich ganz ehrlich sagen, bei allem Respekt zu Italienern, die hier zuschauen, äh, machen wir die Niederlande. Erste Liga reicht. Österreich, was ganz interessant ist, ich weiß ja, dass da viele österreichische Fans hier, äh, Zuschauer, nicht Fans, zuschauen, guckt mal dieser Patch, dieser Editor, was die hier gemacht haben. Äh, ich kenne mich ja gar nicht aus mit Österreich, aber habt ihr wirklich so viele Ligen? Erste Division, zweite Division, Regionalliga, Landesliga, zweite Landesliga, Gebietsliga, erste Klasse, zweite Klasse. Ich bleib, äh, mal bei nur erste Division. Obwohl, das heißt doch gar nicht Division. Ihr habt doch, verwechsel ich es jetzt gerade mit der Schweiz, ihr habt doch die Bundesliga, die österreichische, oder habt ihr die T-Mobile-Bundesliga oder so habt ihr doch eigentlich, oder? Da muss ich mich outen. Ich bin ja großer Fußballfan, aber das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Oh, oh, das könnte Ärger geben. Okay, ähm, es geht weiter. Und zwar, ähm, machen wir dann noch die Schweiz natürlich. Die haben auch ihre drei Ligen, aber dann machen wir auch nur die erste. Und natürlich die Espanol bis zur zweiten. Und, äh, Türkei natürlich. Die erste. Und ich mag auch die amerikanische. Die nehme ich jetzt auch mal mit rein. Und jetzt nochmal kurz einen Check machen, ob wir alle wichtigen haben. Ähm, Belgien können wir mal noch machen. Die erste Liga. Brasilien, äh, ja, ich bin nicht so der südamerikanische Fan. Was die Ligen da betrifft, ehrlich gesagt. Ich brauche sie jetzt nicht, um da Trainer zu werden. Anschauen können wir uns jetzt gerne jederzeit. So, Finnland, nee, äh, Honduras, Irland, Italien, Japan, Kamerun, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, äh, Nigeria, Norwegen, Peru, Polen, Portugal ist eigentlich auch eine spannende. Nur Top-Vereine, das reicht. Äh, äh, Peru, Portugal, Russland. Russland an sich ja auch eine spannende Sache, aber wir machen auch nur Top-Vereine. Da müssen wir jetzt auch nicht, äh, megamäßig, äh, muss jetzt nicht unbedingt in Russland trainieren. Ganz ehrlich. So. Dann haben wir alle, dann klicken wir weiter. Ja, das weiß ich. Vielen Dank. Ich hoffe, dass einfach alles klappt. Und, äh, gucken wir mal, dass er jetzt fleißig lädt und nicht abstürzt. Sonst werde ich diese Folge von Vorne aufnehmen. So, erstellen wir einen neuen Manager. Neuer Manager erstellen. Und zwar, ich möchte jetzt nicht unreal in diesem Spiel werden und mich Brohawks nennen. Es gibt so einen, da ich ja auch Theater spiele und ja auch, äh, viele Sketche gerne mache, habe ich mal eine Figur erfunden und ich finde die so cool, deswegen baue ich die jetzt hier ein. Hans-Peter-Schmattke. Hallo erstmal, ich bin der Hans-Peter-Schmattke. Also, ich werde ihn jetzt nicht so sprechen, aber ich werde ihn jetzt mal so machen. Und diesen Kanal Brohawks gibt es seit dem 19. September 2014. Äh, 2014 wäre ein bisschen früh, deswegen mache ich jetzt einfach mal, ich mache einfach mal, ich sage mal, der ist 40. So, das reicht erstmal. Äh, er ist Deutscher und DDR, das ist jetzt so unwichtig. Ähm, und ich sage jetzt einfach mal, dass er auch eine Runde Englisch kann, ja. Ist das schon standardgemäß. So, sein Lieblingsverein. Ähm, sein Lieblingsverein, da hat er jetzt einfach mal keinen, würde ich sagen. Ja. Das weiß ich gar nicht, ob der, das müsste ich immer fragen, ob der ein Lieblingsverein hat. Ähm. Ähm, so. Schauen wir mal. Weiter. Ich würde niemals trainieren. Uah, hee, 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 hee. Gut, man ist ja nie abgeneigt mal bei Bayern zu trainieren oder zu spielen, ähm, muss ich jetzt aber nicht, ja. Ich würde niemals trainieren in Argentinien. Ach, Quatsch. Ich bin jetzt kein großer Hasser. So, keiner Lieblingsspieler. Keiner. Sonst bin ich, kriege ich gleich wieder Ärger irgendwie. Suche nach Foto. Äh. Keine Ahnung. Man konnte doch immer sich auch selber erstellen. Das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht mehr drin, ehrlich gesagt. Wo ging das denn nochmal? Ich glaube, das kam noch, ne? Ja, nee. Äh, nee. So sieht der Hans-Peter nicht aus. Alle so jung irgendwie. Was ist denn hier los? Ich habe doch 40 angegeben. Müsste der nicht... Übrigens, wenn ihr Geräusche laut hört, äh, hier in Hamburg stürmt es wie die Sau. Ähm. So, Hans-Peter schmackert eigentlich lange, lockige Haare. Aber hier sind ja alle... Boah, der ist wenigstens alt. Aber der hat, äh, keine Haare. Ja, dann nehmen wir den eine ohne keine Haare. Wir können ja wahrscheinlich eh nochmal umbauen. So. So. Und ich, Depp, habe natürlich einen Fehler gemacht. Und zwar... Man muss... ...den da oben einfügen. So, dann ändert sich das auch. Hans-Peter Schmattke. Dann haben wir hier alles. Weiter. So, und hier ist nämlich sein Gesicht. Und das möchte ich natürlich auch dann benutzen. Deswegen spielt das alles keine Rolle mehr. Und zwar... ...Gesichtsform. Ja, brauchen wir irgendwas... ...cooles. Da müsste ich erstmal gucken, äh, Haare. Dann kann ich das besser sehen. So, der hat Haarfarbe Grau. Nicht Hautfarbe. Also, der Schnitt ist es noch nicht. Soll das Grau sein oder soll das Blond sein? Das weiß man leider beim Fußballinterni. Und er ist natürlich knalleweiß. Weil er nie vor die Sonne geht. So. So. So, ich wollte jetzt nicht damit so lange rumtrödeln, eigentlich. So, ich nehme jetzt einfach mal den. Jetzt gucken wir mal Haarschnitt. Und noch was Längeres. Anderes finden. Das war schon gar nicht so schlecht bei 54. Das merke ich mir aber kurz. Geh mal einmal nochmal durch. Mann, da gibt es auch eine Riesenauswahl. Konnte man... Hier kann man es natürlich nicht mit dem Editor schön anklicken. Ja, dass man alles sieht. So, das passt eigentlich zu ihm hier. Die 80. 54 oder die 80? Boah, gibt es wirklich so viel? Okay. Klick, 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 klick. Ich glaube, man kann auch so durch. Ja, genau. So was. Das war gar nicht die 54. Hier. Oder wie Tschech, ne? Oder wie Tschech, ne? Die 80. So machen wir ihn jetzt einfach mal. Guck mal, nicht durch. Er hat auch, äh... Komm, er hat mal einen Bart. So, eigentlich glaube ich hat er gar keinen, aber... Ist doch alles nicht so wichtig jetzt. Könnte auch Rudi Völler fast schon sein, ne? So. Gewicht. Ja, der ist schon ein bisschen fetter, ne? So, ein bisschen klein, ne? So, natürlich ist er nicht so förmlich. Er ist gechillt. Das ist ein ganzer Chiller, ist der. Ist eigentlich unwichtig, weil es für einen 3D-Spielmodus ist. Wir werden aber keinen 3D-Spielmodus machen. Also, zumindest war es nicht meine Absicht. So, weiter. Fußball pur. Wenn Sie sich voll auf die sportlichen Belangen Ihres Vereins konzentrieren möchten, können Sie die Finanzen einem Assistenten überlassen und auch darauf verzichten, im Privatleben zu simulieren. Das spielt alles jetzt, äh, keine Rolle. Privatleben finde ich ganz lustig. Wir machen erstmal Single. Vielleicht ging er ja eine geile Snolle. Ne. Äh, Finanzen und so. Das stelle ich alles erst dann jetzt gleich drinnen ein. So, wir sind ledig. Natürlich ist es immer geil, wenn man, ähm, private Sprecher hat. Wenn man dann Kinder hat, Söhne, und die spielen dann im eigenen Verein. Ist ganz nice. Aber hier machen wir mal ledig. Sony. Hier steht es ja auch. Söhne ab 10 Jahren für die als Fußballbegeisterung spielt im Verein eingetragen. Es beginnende Spiel als Spieler in ihrem Jugendmannschaft. So, weiter. Hans-Peter Smatke auswählen. Und weiter. So. Und jetzt geht es hier auf Deutschland. Und ihr seht hier, alles ist drin. Übrigens habe ich schon gesehen, weil ja die Farben nicht ordentlich beim Editor auswählbar waren, haben wir schon mal bei Eintracht Hamburg hier eine hässliche gelbe Kacke. Aber was soll's. Übrigens ist es, ist ganz, ist alles nicht so schlimm. Ich habe hier noch mit dem Alpha-Kanal gearbeitet. Aber hier ist es ganz normal, dass das nicht drin ist. Weil, das müsste ich noch korrigieren. Ich habe die kleinen Formate des Wappens noch nicht drin. Wollte aber schnell für euch die erste Folge machen. Das korrigiere ich dann noch. In der Nationalmannschaft werden wir auch noch trainieren. Ich habe mir aber fest vorgenommen, jetzt erst mal mich mit dem Hans-Peter und mit dem SV Eintracht Hamburg zu beschäftigen. Mit euch. Und irgendwann werden wir Angebote kriegen. Natürlich hätte man jetzt Deutschland haben können und so. Aber ganz ehrlich, ich will nicht gleich am Anfang einen Top-Verein. Ich mag's lieber. Kleinanfang. So, Übersicht des Ligasystems. Wir sind in der Regionalliga Nord. Wir können absteigen hier runter. In die Oberliga Hamburg oder in die Holstein Liga. Beziehungsweise, ich glaube, es war auch angegeben, dass wir nach Niedersachsen fallen können. Aber ich will ja mit euch gar nicht absteigen. Ich bin mir sicher, dass wir Chancen haben, in die dritte Liga zu kommen. Die sieht ja jetzt so aus. Mit Cottbus. Ist alles korrekt. Zweite Liga. Da schauen wir nochmal, ob da auch alles korrekt ist. Mit den Leipzigern, mit Ingolstadt, mit Pauli, unserem Rivalen, mit Kaiserslautern, mit Kräuterfüt, die da sind. Und die Braunschweiger, die abgestiegen sind aus der letzten Saison. Und hier sehen wir die Aufsteiger Paderborn. Die sind in der ersten Liga. Die ganzen Wechsel sind ja da, außer die Winterpause. Also ist alles da. Weiter geht's. Budgetverhandlungen. Natürlich wollen wir direkt aufsteigen. Wir haben wirklich nicht viel Kohle. Ihr seht, 6 Mille. Ist nicht gerade viel. Aber ich hab's ja mit Absicht so eingestellt, dass es realistisch ist. Ich denke, ihr alle wollt auch Realismus. Da geh ich stark von aus. Deswegen haben ja auch viele gesagt, mach einfach Hamburg und nicht Brohawks. RSFC Brohawks. Und das find ich auch besser. Das macht, glaub ich, auch viel mehr Spaß so. Das Präsidium behält 13% des Budgets zunächst in der Reserve. Sie könnten bis zu 30% jedes Budget auf andere Budgets verteilen. Wenn ich jetzt sage, ich geh hier runter, dann wären Sponsoren unzufrieden. Aber Jobsicherheit wäre da. Aber Aufstieg wollen wir schon. Natürlich ist bei der Regionalliga Aufstieg sehr extrem, weil wir ja noch in die Playoffs und so weiter müssen. Das ist meistens nicht so einfach. Mit Hamburgers V-Amateure, mit Wolfsburger Amateure, mit Oldenburg, mit, äh, fällt mir jetzt alles nicht ein. Jetzt gucken wir uns alle nochmal alles in Ruhe an. Gibt es ja einige Konkurrenten, die hart daran kämpfen werden, uns das Leben schwer zu machen. Und wir sind ja sehr, sehr jung. Was auch noch ein Problem werden könnte. Und ich lass jetzt erstmal alles hier so. Schnellspeicherung werde ich auch ganz oft durchführen, falls nämlich zum Abbruch kommen sollte. So, und los geht's. Erster Tag, eine neue Herausforderung für Haarschmatke. Übrigens, ich mache hier keine Absicht, Report-Placement oder Schleichwerbung. Das ist einfach nur ein Mod, den ich installiert habe, dass es hier ein schönes Samsung-Tablet ist und nicht so was Billiges. So, fangen wir mal klein an und schauen uns das an. Willkommen im Verein. Diese Hinweise sollen Ihnen helfen, sich hier zurechtzufinden. Sie können, ähm, das brauchen wir nicht durchlesen, das machen wir alles alleine, das kenne ich alles. Mitgliedsbeiträge. Ihr Verein hat 30.000 aus Mitgliedsbeiträgen für die neuen Saison erhalten. Sie können versuchen, durch eine Mitgliedskampagne die Anzahl der Mitglieder zu erhöhen. Diese ist über den Finanzbildschirm zu erreichen. Der Verein besitzt der Zeit 1,2, also 1.200, Entschuldigung, zahlende Mitglieder. Das ist schon mal ganz gut. Saisonziel. Ihr Präsident Peter Wolf. Ich habe keinen Namen erstellt. Das hat jetzt der Fußballmanager selbst simuliert. Teilt Ihnen mit, was er von der kommenden Saison erwartet. Seine Meinung nach ist das Saisonziel ganz eindeutig Aufstieg. Ja. Logisch. Jetzt gehen wir erstmal in die Option und stellen die Option ein. Und zwar machen wir mal sicherheitshalber sehr oft das Autosave. Das ist glaube ich, gilt nach Tagen. Also machen wir mindestens alle sieben Tage einfach mal ein Update, also ein Autosave, dass wir wirklich, falls das Spiel abstürzen sollte, wir alle uns nicht aufregen. Und es geht einfach ordentlich weiter mit diesen Let's Plays. So. Woosomanger geht nicht in Ultra HD. Zufällige Ladebildschirme. Nein, wir wollen ja wissen, welche Vereine wir spielen. Filme abspielen. Ja, das finde ich auch immer cool. Das wollen wir alle. Screens einblenden. Natürlich. Tooltips anzeigen. Nein. Wir wissen alles hier. Dann haben wir das. Dann Voreinstellungen mit Mails rechter Maustasse löschen will ich. Ganz genau. Ohne Interviews. Nein, Interviews kommen eh selten. Das will ich schon machen. Dauer, Spielzug eine Woche mache ich jetzt mal so. Je nachdem, wie ihr das seht. Immer nächstes Spiel. Also wir wollen ja schon ein bisschen Spaß haben. Also jetzt immer nur durchrattern und dann immer nur sofort simulieren das Ergebnis. und von Spiel zu Spiel zu rennen. Das ist meiner Meinung nach nicht Sinn des Fußballmanagers. Dann können wir auch FIFA weiterspielen. So. Wir machen jetzt einfach immer Textmodus, stelle ich mal ein. Ihr könnt dann noch runterkommentieren. Die Testspiele werde ich eh nicht, kein Textmodus machen. Dann simulieren wir so durch. Je nachdem. So, was ihr so wollt. Auf jeden Fall, erste Regionalligaspiel werde ich definitiv mit Textmodus machen. Und dann könnt ihr ja mal gucken. Weil ich finde es ganz cool, wenn man so plötzlich eure Namen liest, was da passieren für Aktionen. Wir müssen es ja nicht jetzt stundenlang, muss ja nicht lange laufen. Wir können es ein bisschen schneller machen. Und wenn man jetzt hier anschaltet, immer, dann ist es natürlich nervig, dass man von den anderen Ländern auch die Pokalauslosung sieht. Die klicke ich dann immer ganz schnell weg. Aber, was halt nice ist, dass wir, obwohl wir Regionalist sind, kriegen wir die Auslosung der Europa League und der Champions League mit. Und ich denke, da haltet ihr vielleicht auch Bock drauf. Ja. Die anderen Auslosungen werde ich natürlich dann schnell durchsippen. Mal mit der ich schnell durchlaufe. So, gucken wir mal hier. Änderungen. Ewige Tabelle anzeigen. Auf- und Abwärtsrunden. Ja, das wollen wir alles sehen. Natürlich wollen wir das alles sehen. Webseite einmal pro Woche anzeigen. Ja. Nationalspieler immer abstellen. Das wollen wir alles. Das wollen wir alles. Spielankündigung anzeigen. Spielbericht anzeigen. Ansprache vor dem Spiel anzeigen. Ja. Das wollen wir alles. Gut. Dann haben wir das alles erledigt. Dann machen wir jetzt unser offizielles erstes Save. Hier übrigens alles Privatspeicherung und so weiter. Wie ihr seht, habe ich hier sogar schon mal ein Eintracht Hamburg. Das ist meine echte Speicherung. Da habe ich einige Tests. Das ist noch von den Tests. Mit denen, dass das Spiel nicht absteigt. Und ich mache jetzt einfach mal hier. SV Eintracht Hamburg- Let's Play Blowhawks. Let's Play. Ich mache das jetzt mal ohne den Strichl. Browhawks. So. Dann wissen wir, dass es unsere Let's Plays ist. Aber wir werden ja eh ganz oft Save Games machen und Schnellspeicherung. Aber das auf jeden Fall schon mal gesichert ist alles. So. Das ist der Kader, Leute. Er ist klein geworden. Ich habe ehrlich gesagt nochmal gecheckt. Ich glaube, einer von euch wollte, dass ich euch als 16-Jährigen einschalte. Nein, du bist da. Gut. Weil manchmal sind die 16-Jährigen nicht da. Und wir sehen, so sieht der Kader aus. Wir sind noch ein bisschen klein. Das müssen wir dann nochmal machen. Dann habe ich natürlich Justin Kapp noch als LLM gemacht. Das hat er noch gesagt. Ist okay. Aber guck mal, du kannst sogar immer noch Sturm spielen. Also ist doch echt nice, oder? So, wie gesagt, die Stärken im Spiel konnte ich nicht beeinflussen. Die sind alle bei 60 gestartet. Das Spiel selbst hat da schon neue Entscheidungen betroffen. Dass Janni jetzt schon 62 kann. Felix Mayer 62 kann. Dass Thomas Müller-Maybach schon 62 kann. Oder dass Cantarero Exposito, also Marcel, wirklich nur 59 hat. Eigentlich vom Kader jetzt das Schlechteste ist. Dafür kann ich nicht. Das hat das Spiel so entschieden. Aber ihr habt alle Megatalente. Also das kann richtig gut werden. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir werden in den ersten Testspielen, wenn die kommen, werden wir auch zwei Standard-Taktiken und Formationen machen, wo wir LA spielen und O und RA. Und einmal LM und RM. So. Dass wir da sehr, sehr rotieren. Dann haben wir halt immer eine schlechte Teamdynamik. Egal, solange wir erfolgreich spielen, kann uns das Schnuppe sein. Und was ich jetzt immer mache, und das werde ich jetzt mit euch jetzt machen. Wir werden jetzt erstmal hier das hier einrichten. An den Seiten. Und dann klappere ich immer Anfang einer Saison alle Dinger hier durch. Und bereite alles vor, bis es zum ersten Lauf kommt. Das machen wir alles in dieser Folge. Und in der nächsten Folge geht es dann in den ersten Lauf. So sieht das jetzt erstmal aus. So. Wir wollen natürlich hier unten den, äh, erstmal, ich muss jetzt mal gucken nochmal. Ist es schon ein bisschen, ist mindestens zwei Monate her oder so, ich zuletzt gespielt habe. Ihre Tor, Top-Tor-Schütz natürlich, will ich wissen. Ähm, Finanzen sind da. Was sind das, warum gibt es hier nochmal einen Finanzen-Button? Da muss ich nochmal gucken. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Äh, Taktik. So, erstmal muss hier drüben das weg. Das blöde Handy hier kann auch mal weg. Geht komischerweise nicht weg. Das ist ja bescheuert. Was ist denn hier los? So. Äh, was ich nämlich hier machen will, ist Notizen. So, jetzt geht es auch weg. Erste Notiz, wichtige Notiz, ich mache eigentlich sonst nie Notizen, aber, äh, Training planen. Das mache ich immer. Das wird immer auf den, mal gucken, was haben wir jetzt? Den Montag, dann ist das der 8., dann mache ich jetzt den 8., immer auf den Montag gesetzt. Und wöchentlich mich erinnern. So. Wöchentlich erinnern. Jetzt kommt der jedes Mal, wenn wir spielen, ähm, wöchentlich montags. Geht dann da, weil sonst würde der die Woche durchsimulieren. Und montags plane ich immer Training. Ich lasse es nicht immer den Co-Trainer machen. Je nach Situation mache ich das selber. Und deswegen immer die Notizen. So. Jetzt kommen wir hier unten zum, äh, verleihende Spieler. Das haben wir noch nicht. Äh, hier oben. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts. Ich wähle hier auffällige Spieler. Äh, auslaufende Verträge. What the fuck? Ach so, 12 Monaten. Da habe ich schon mal einen vergessen. Sefa, dich habe ich vergessen auf 2020 zu machen. Mehrere habe ich hier, glaube ich, ein bisschen vergessen. Glauben wir mal. Sefa läuft dieses Jahr aus. Aber da können wir hoffentlich verlängern noch. Ronaldinho habe ich irgendwie nicht richtig gemacht. Ja, nee, Becker. Äh, aber das ist alles nicht schlimm. Das kriegen wir hin. Das hoffe ich zumindest. Dann die, ähm, hier drüben kommen noch die letzten sechs Spiele hin. Trainingsfortschritt kommt hier drüben hin. Dann, Manager Info. Brauche ich das unbedingt? Nein, das brauche ich nicht unbedingt. So. Interessierte Vereine. Nee, das ist für mich privat. Das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Härteste Spieler. Äh, herausragende Amateurspieler. Mache ich eigentlich immer, wenn ich einen Verein habe. Wir haben jetzt keine Amateurspieler und werden uns auch erstmal nicht darauf konzentrieren. Äh, und hier drüben kommt noch Sperren und Verletzungen. Wo haben wir es denn? Grat, habe ich es doch noch gesehen. Sperren und Verletzungen. Und hier haben wir, gerade, wo habe ich es noch gesehen gehabt? Senkrechtstarter. Aber ich glaube, das war die ganze Liga. Nein, das ist für uns. Oder? Ja. Gut. Äh, dann haben wir das erledigt. Und jetzt geht's in den Newscenter. Das haben wir schon. Da können wir jetzt, äh, rechte Maustaste. Und Kalender. Das Wichtigste am Anfang überhaupt. Und ich gucke jetzt mal. F9. Ob das funktioniert? Es funktioniert. Schnellspeicherung durchführen. Mache ich jetzt mal. Weil ich habe ein Mod hier, das wir ganz viele Länder haben mit Trainingslager. Und wir müssen jetzt mal erst mal gucken, wie wir spielen. Erstes Spiel in der Regionalliga ist gegen den FC Braunschweig. Und dann geht's gegen TSV Habelse. Und dann schon meiner Meinung nach, so kenne ich es zumindest vom Fußballmanager, VfB Oldenburg ein Konkurrenz gleich um den Aufstieg. Und dann kommt schon Nationalmannschaft. Ähm, DFB-Pokal scheinen wir nicht dabei zu sein, weil wir neu sind. Weil sonst wäre ja auch eine Auslosung gekommen. Schade eigentlich. Hätten wir vielleicht nochmal umprogrammieren in seinem Editor, aber wir werden es alle überleben, denke ich. Gut, dann lasse ich jetzt erst mal das Team, ähm, erst mal ein bisschen ankommen. Und dann sage ich hier Trainingslager. Und wir sehen, wir haben hier haufenweise Trainingslager. Wir können nicht ins Ausland, ist sau teuer. Ihr würdet sagen, wir gehen nach Österreich oder in die Schweiz. Wichtig ist für mich am Anfang an immer erst mal Fitness. Wir brauchen etwas mit Fitness. Aber nicht komplett nur Fitness. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus hier am Walschsee. Oder heißt Walschsee? Übel ist es nicht. Oder Sandpilten, da bin ich auch schon öfter gewesen. Nee, will ich nicht. Dann komme ich jetzt nicht mehr zurück, danke. Tittisee, auch nicht schlecht. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Der ist ja ausgeglichen. Den nehmen wir. Und da sind wir dann auch 14 Tage. Genau, kostet ja auch gar nicht so viel für unser Team. So, da geht's hin. Und, äh, lassen wir mal ordentlich die Fitness erstmal ein bisschen bummeln und machen und tun. Machen aber einige Testspiele. Dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt ein Freundschaftsspiel finden. Oh, da sind einige, 92 stehen da zur Verfügung. Warum stehen denn da so viele zur Verfügung? Was ist denn hier los? Sind die alle dort im Trainingslager? Meine Herren. Respekt. Dann wollen wir einen, äh, kleinen Gegner natürlich nehmen, richtig? Ach, das sind jetzt die ganzen unterliegigen Klassiken Österreich, die die Leute da eingestellt haben von dem Patch. Ah, die kenne ich alle nicht, aber nice. Wenn jetzt hier österreichische Zuschauer sind. Okay, Bremen ist es nicht, aber, äh, vielleicht gibt es hier einen kleinen Verein, den ihr kennt. Hier sind aber auch noch Deutsche dabei. Oder sind das alles Oberliga-Vereine von uns? Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Scheiß, ne? Hier, Bergedorfer 85, den nehme ich. Den kennen wir ja auch schon von City Skylines, von meinen Let's Plays. Da haben wir ihn auch schon erstellt. Gegen den will ich spielen, sehr schön. Wir haben auch hier gleich noch ein Freundschaftsspiel. Wir müssen einiges testen. Äh, und spielen hier gegen... Gucken wir mal, irgendwas Spannendes finden noch. Schwarz-Weiß Essen. Ne, ich finde hier nicht mal. Eintracht-Norderstedt, für alle Hamburger. Ne, so ein bisschen eine Nummer Stärke. So. Äh, und dann würde ich sagen, machen wir diesen Samstag auch nochmal ein Testspiel. Oder machen wir mal ein kleines Turnier, wenn das geht. Obwohl wir müssen bezahlen fürs Turnier. Ich glaube, das können wir als kleine Bubel in der Nonnet. Jetzt geht's nicht mehr. Hast du ruhig, ich muss ja auf Samstag gehen, genau. Turnier. Machen wir ein Ligasystem. Und sagen, hier, die gehen alle umsonst. TSV 8 München möchte eine Gebühr haben, um mitzumachen. Hier, voll Vogel oder was? So, Verein auswählen. Blanke Nese. Das ist doch schon mal was. Dann machen wir mal den, ähm... Oh, das ist ein bisschen zu viel. Wir wollen nicht übertreiben. TSG Hoffenheim. Nö, 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 nö. Äh, Hessen-Kassel ist schon mal ein guter Gegner. Für die Liga. Ähm. Also, Geld will ich nicht ausgeben, deswegen... Äh, den Würzburger e.V., das finde ich auch ganz cool. Ja, ich kenne das auch alles zum ersten Mal mit der Oberliga. Ich habe bisher nie mit der Oberliga gespielt, deswegen finde ich das total nice. Hier, buxte Hude. Achso, wir haben schon alle Vereine. Wir haben schon alle Vereine. Dann ist gut. So. Ähm. Bitte wählen Sie einen Sponsor für das geplante Turnier aus. Äh, Aspirin oder Jack Wolfskin? Also, ich mache keine Schleichwerbung, Leute. Ich habe das nur eingetragen, weil ich das immer blöd finde, diese gefakten Sponsoren. Äh, und mache jetzt einfach mal ein bisschen... Ja, eigentlich ist es ein bisschen Schleichwerbung, ne? Aber war nicht beabsichtigt. So, ich verhandle nicht. Das reicht mir schon. Alle Dude. Ok. Sehr schön. So, wann geht nochmal die Liga los? Ich muss ein bisschen getimed bleiben. Genau. Und zwar machen wir jetzt hier auf jeden Fall noch ein Freundschaftsspiel. Aber ich mache ein paar Tests. Also, so viele Freundschaftsspiele mache ich eigentlich nicht. Aber ich will euch einfach ausprobieren. Ich würde jetzt gerne... Ne, ich muss unbedingt noch die kleinen Wappen einbauen. Hier sieht man es auch wieder, dass es fehlt bei der Jugend. Gegen einen Topverein spielen. Ne, wollen wir gegen Kaiserslautern spielen? Gegen meinen Lieblingsverein. Im Fritz-Walter-Stadion oder in der Bro-Arena. Och, das mache ich. Ein Testspiel noch erster Klasse. So, und dann machen wir hier auch nochmal ein Testspiel. Aber ein kleines, dass nämlich die Form hochgehen könnte, falls man es gewinnt. Mann, so viele Testspiele habe ich viel noch nie gemacht. Hier. Tests war weicher. Habe ich als Fußballer schon gegen die gespielt. Oh, die noch Fußballer war. So. Aber wir müssen hier mal einen Gang zurückshalten. Und, äh, mal hier noch... Äh, hier werde ich mal so gucken, was wir hier noch machen können mit der Presse. Ähm... Eine Saisoneröffnung. Ja, die kostet Geld. Oh, nur 7000. Das ist bei kleinen Vereinen ja ganz easy, ne? So. Hier haben wir frei. Das lassen wir auch noch erstmal frei. Sonst machen wir eine takte Jugend- oder ein Freundschaftsspiel. Ähm... Manche gehen jetzt in zwei Trainingslager. Wir machen jetzt halt nur eins. Das passt auch. Gehen wir zum nächsten Punkt. Ergebnisse brauchen wir nicht. Erste Mannschaft. Werden wir in der nächsten Folge erst angehen. Die Aufstellung. Hier gehen wir jetzt erstmal durch das ganze Managen. Zweite Mannschaft haben wir keine. Training. Werden wir auch beim nächsten Mal erst machen. Team-Dynamik können wir uns jetzt mal anschnuppern. Oh, die sieht ja schon mal ganz gut aus. Die sind alle zufrieden. Äh, ich kann nicht allen herzlich willkommen sagen. Aber ich mache jetzt mal ein paar. Ich versuche immer, jeden, ähm, zu berücksichten. Eigentlich muss ich zugeben, dieses Gequatsche nervt mich total. Weil es nicht realistisch ist. Es ist unrealistisch so bei Fußbanger. Traurigerweise. Ähm. Ich hätte noch ein paar mehr Möglichkeiten hier drin. Einfach gerne. Muss ich zugeben. So. Jeder wird natürlich irgendwann berücksichtigt. Also nicht, dass ich jetzt hier verurteile. Also da dürft ihr jetzt echt nicht euch beschweren. Nee, du hast mich ja gar nicht gesprochen oder so. Äh, ich kann nur zehnmal die Woche. Und ich klicke jetzt einfach gerade nur blind bei allen. Herzlich willkommen und so weiter. Und wir können mal gucken, ob es hier Unzufriedenheit kämpfen. Um die Position neun Stück. Ja, das könnte interessant werden. Hoffentlich gibt es da nicht so einen Stress. Äh, erfüllte Ziele haben wir schon ein paar. Das ist schon mal gut. Ziele sind hier offen. Vertrauen Spieler. Ja, die fangen immer bei fünf an bei so einem Ding. So, mal gucken wir mal, ob wir hier irgendwas Negatives haben bisher. Ein Großnegatives könnten wir gar nicht haben. Minus zehn. Richtig befreunde Spieler gibt es in ihrem Team nicht. Ja. Wir sind ja auch alle neu. Nee, leider haben sie keinen einzigen wirklichen ehrgeizigen Spieler in der Mannschaft. Oh, hol doch nicht rum hier. Mensch. So. Verträge brauchen wir jetzt auch nicht angucken. Transfersmarkt. Brauchen wir jetzt auch erstmal nicht angucken. Kagawa, Dortmund draufgesetzt. Rafinha, Aaron Hunt. Van der Pfad vom HSV. Oliver Kirsch von Dortmund. Christian Fuchs, Schalke. Ja, das geht ja schon richtig ab hier. Die wollen ja alle schon loswerden. Nice, nice. Kooperationen. Das wäre natürlich nice, wenn man das irgendwie hinkriegen könnte, dass die uns ein bisschen helfen. Machen wir aber jetzt erstmal nicht, weil da müssen wir meistens immer Jugendspieler geben. Und wir wollen ja euch behalten. So, Scouting machen wir jetzt auch nichts. Kaderplanung ist eigentlich einer der Buttons, die ich am wenigsten von allen nutze. Mitarbeiter ist jetzt noch wichtig. Da gucken wir mal, was wir so haben. Das macht sich gar nicht so übel für die Regionalisten. Wir haben einen Amateur-Trainer, was wir ehrlich gesagt gar nicht brauchen. Der kostet uns umsonst Geld. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Und Aufgaben aufteilen. Und zwar Langfristige Trainingsziele. Oh, das müssen wir auch noch in der nächsten Folge machen, sonst wird die jetzt zu lange. Es wird nämlich allen noch Trainingsziele geben. Ähm, ich verpflichte Jugendspieler, stellt Reserve auf, macht eigentlich Gynian, Lies, auch wenn wir keine haben. Weist Aufgaben zu, ich mach das alles, erstellt Trainingsplan, lasse ich jetzt natürlich mal den Mitarbeiter entscheiden. Aber ich werde es auch immer wieder ändern. Da gucken wir hier am besten jetzt, alles klar. Dass überhaupt irgendwas am Laufen ist, ne. So, Trainingsziele werde ich selber festlegen. Regelt Finanzen. Leg Eintrittspreise fest, mach ich nicht erst mal. Fahrend mit Sponsoren mach ich. Stellt Mitarbeiter ein, mach ich. Verlängert Mitarbeiterverträge, überwacht Stadion, Infrastruktur mach ich nicht. Vereinbart Testspiele, jipp, plant Trainingslager, verlängert Spielerverträge, jipp, jipp, definiert Ablösesummen, mach ich nicht. Macht Vorschläge für neue Spieler, äh, legt Strafen automatisch fest, ganz genau. Stadionbau haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Noch nicht, leider. Ähm, Marketing mach ich eh, weil sonst haben wir wieder bald einen Bugfehler. So, Finanzstatus, das geht ja hier hoch, ne. Börsengang haben wir keinen. Aber wir wollen ja auch nichts kaufen. Natürlich, wie ihr seht, wir sind sehr knapp bei Kasse, ne. Also wir können nichts Großes machen. Wir können hier wunderbar Rest der Saison gucken, wo wir am Ende mit dem Geld stehen, wenn wir so bleiben, wie wir jetzt sind. Verlieren fast gar nichts. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne. Bisher ist so die Kalkulation. Sehr gut. Dann Merchandising. Da gucken wir gleich mal, was hier los ist und sagen hier gleich mal, äh, okay, Assistent kümmert sich um alles geht nicht, weil wir haben keinen Assistenten. Schon mal gut. Ähm, nehmen wir das auch noch mit auf. Und wie gesagt, hier müssen wir aufpassen, dass hier nicht mehr wir vier Prototypen sind, sonst würde uns das Spiel immer abstürzen. Das ist ja der Bug. Deswegen passe ich da immer selber ein bisschen drauf auf. Aber dass wir schon ein bisschen was drin haben, ist ja schon mal gut. Da kann man ein bisschen was verdienen. Herrlich. So, nächster Punkt. Trikots. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Äh, das sollten wir auch noch mal angehen. Äh, machen wir in der nächsten Folge. Ähm, weil immer 40, 50 Minuten sollen die Folgen eigentlich nicht werden. Ich mache jetzt nur ausnahmsweise jetzt am Anfang an eine lange. Ähm, deswegen gucken wir mal Karten. Und wir schauen uns mal, wenn es möglich ist, das Stadion überhaupt an. Ne? Das machen wir auch noch. Infrastruktur. Stadion. Äh, Bewerbung für das Finale. Nee. Äh, Stadion-Editor öffnen. Und so sieht, ach, das sieht ja ganz niedlich aus. Schön. Gefällt mir. Man kann sich nicht beklagen. Ne? Sehr gut. So. Wir waren hier aber noch nicht fertig. Sponsoring. Unser Sponsor ist EA Sports. Und wir haben unter der Sponsorpyramide. Ne, haben wir nichts an, äh, möglichen. Ikea und Urlaubspiraten sind auch unsere lokalen Sponsoren. Das ist doch schon mal was. Und wir haben Bandenwerbung. TUI. Aral haben wir schon drin. Vodafone, T-Home und Oliver. S. Oliver. Und wir wollen natürlich jetzt auch hier verhandeln. Wir haben einiges frei. Die würden, äh, nicht viel bezahlen. Für ein Jahr ist aber in Ordnung. Da will ich gar nicht verhandeln. Für ein Jahr ist das ganz gut. Für einen Regionalisten, der gerade erst am Start ist. Und wir haben noch 50 Plätze frei. Die werden wir wahrscheinlich alle eh nicht verkaufen. So. Erfolge. Erfolge haben wir natürlich nix. Fans können wir mal gucken. Fanbasis. Oh, die ist aber schon groß, ne? 10.000. Organisierte Fans 277. Anzahl Fanclubs 25. Das ist schon mal ganz gut. Besser als wenn man den Verein hier im Spiel gründen würde. So. Ähm. Und wir sehen. Janni ist bisher der beliebteste. Ja. Bei den Fans. Dann Müller, Maybach, Felix Mayer, Henning, Beek und Sepp. Unser Sepp. Und seit umschlungen Millionen. Oliver R. aus Hamburg. Wir haben ausgesprochen hübsche Trikots dieses Jahr. What the fuck? Hab ich noch nicht mal eingestellt. Aber wenn du sagst, Christina J. J. Zeichnen Y. Aus Hamburg. Von mir aus. So. Infrastruktur. Da gucken wir mal. Da haben wir schon ein paar Stufen. Wir sind schon in Status 2 bei Bürogebäude. Fanartikel verkauft. Das ist schon mal ganz gut. 26.000 haben wir hier im Stadion. Und Infrastruktur müssen wir auch mal gucken, dass wir ein paar mehr Toiletten haben. Für 3.000. Da müssen wir schon mal ein bisschen aufpassen. Und Jugendcamps haben wir kein Geld für. Mir ist gerade noch was eingefallen. Habe es leider wieder gerade vergessen. Verdammt. Ich wollte noch irgendwas Wichtiges machen. Shit. Was waren das jetzt noch? Ah ja, genau. Ich wollte das nächste entwickeln. Und zwar. Was wird gut verkauft noch von einem Verein? Ich würde sagen, die Schützen. So. Soll er brav mal entwickeln. Sehr schön. Dann Karriere von Hans-Peter Schmattke. Da können wir gleich mal hier sagen. Ah ne. Karriere. Das brauchen wir nicht angucken. Da passiert eh nichts. Und zwar, dass er Französisch ist seine nächste wichtige Sprache. Er lernt. So. Da haben wir nichts drin. Da haben wir es immer ignoriert. Wir sehen null Punkte. Haben wir bisher gemacht. Vorstandsvertrauen. Wow. 14 von 20. Oh, 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 oh. Ne. Rekorde gibt es eh noch nichts. Und dann gehen wir auf Spiele beobachten. Da könnte man hier zum Beispiel sagen, dass wir natürlich ein bisschen die Bundesliga mitkriegen. Aber die schauen wir uns eh nach jedem Spieltag auch mit an, was da passiert. So, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal weg. Was man natürlich hier machen könnte ist, Wettbewerb Dutscheland und sagt, das muss ich mal kurz gucken, dass wir natürlich den DFB-Bokal mitbekommen. So. Dann Karriereoption. Ich bin überrascht, dass das nicht auf 2020 ist am Anfang an. Wert des Vereins ist schon fast 40 Mille. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir können mal gucken, unser aktueller Vertrag. Wow, wir werden reich, Leute. 48.000 Ecken Grundgehalt für zwei Jahre. Das ist ja lächerlich. So, und wir sehen, es sind ja natürlich auch alle Originalnamen drin. Die müssten sogar Bilder haben. Jipp, Jürgen Klopp. Oh, die fangen ja alle mit 14, 20 an. Wusste ich gar nicht. Lieblingsverein Mainz. Hm, okay. Und wir sehen, der Bepp müsste auch. Genau. Jürgen Klopp. Der Matthäus Samme. Äh, Jakobi hat nix. Robin Dutt. Ja gut, er ist halt noch bei Bremen. Aber ehrlich gesagt kann ich damit leben. Thomas Schaaf hat kein Bild. Schade. Oliver Rek auch nicht. Also nicht alle haben es, aber wir können alle damit leben, denke ich. So. Dann zum Abschluss natürlich noch in die private Aktion. Wir müssen mal ein bisschen eine Runde Golf spielen. Und die Familie. Äh. Partner suchen. Früher konnte man, glaube ich, da ein bisschen was einstellen. Dass man das einmal selber anklickt. Jetzt, glaube ich, macht das Spiel das irgendwie automatisch. So. Hier haben wir auch heiße Autos, die wir kaufen können. Oh, was ist denn ein Hyundai? Wo sind die anderen guten Autos? Ah, unter Luxus. Genau. Glaube ich zumindest. Squash Court. Terrasse. Mini Kino. Ja, das kommt alles noch. So. So. Also, in der nächsten Folge müssen wir die Aufstellungen machen. Die Taktiken. Äh. Das Trikot hier sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Äh. Das Trikot werden wir noch anpassen. Trikot Nummern. Äh. Und Trainingsziele in diesem Bereich. Ähm. Müssen wir hier noch machen. Dann werden wir natürlich jedem hier noch Trikotziele machen. Und dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Leider hier dieses blau-gelb nämlich noch. Eigentlich sind wir blau-orange. Aber egal. Wurcht. Äh. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Wenn es dann weitergeht. Bis die Tage auf Wiederhören. Und ich hoffe, ihr seid glücklich damit erstmal. Wir werden dann noch weiterschauen, äh, wie es weitergeht. Oh, wir haben wirklich eine gute Stärke. 666. Die Teufelszahl. Gut. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.